Im Moment Tourbus, aber ich würde natürlich, wenn, dann das Zelt präferieren. Hotel. Nightliner. Bei Hotel oder Zelt bleibe ganz klar Hotel. Geht nicht anders. Bier. Schnaps. Bier. Bier. Weder noch, glaube ich. Also Dosen-Ravioli, die Zeit ist zum Glück vorbei. Beides. Ich habe gerade keinen Bock auf beides. Keins von beiden. Ehrlich gesagt habe ich viel zu wenig Zeit, so länger mal wandern zu gehen. Also das braucht ja immer etwas Zeit und Ruhe. Aber wenn, dann würde ich das, glaube ich, vorziehen. Da bin ich nur dumm und wandern. Ich auch. Ich daddel gern, aber draußen ist irgendwie geiler. Nee, also ich gehe auf jeden Fall wandern oder raus, ja.